Mein Name ist Herr Barrenscheh, mit Doppel-R und Doppel-E. Moin, hier ist wieder euer Herr Barrenscheh und heute zeige ich euch nochmal den Tombaurhythmus in einer erweiterten Version. Das heißt, wir spielen heute vier Takte unseren Tombaurhythmus. Dann spiele ich noch was eigenes und spiele zum Abschluss wieder den Tombaurhythmus. Dann habe ich so ein kleines eigenes Stück, was ein bisschen mehr Abwechslung noch hat. Und los geht's! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020